Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zedio und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich möchte euch heute ganz kurz drei Themen ansprechen. Und zwar, zum einen kam ja heute das neue Motorrad Pegassi Eski mit ins Spiel. Darüber möchte ich ganz kurz was sagen. Und dann zum zweiten Thema habe ich ja vor einiger Zeit mal den Motorrad Speedtest hochgeladen. Da haben mir einige gemeint, ich soll ja auch noch die Manches testen, weil die ja so schnell sein soll. Und zum dritten Thema möchte ich noch ganz kurz die Gewinner von Zeddy Big Picture bekannt geben. Und all das erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Fangen wir nun also mit dem neuen Motorrad an, das heute mit ins Spiel kam. Und zwar die Picassi Eski. Die kann man unter SouthonSanAndreasSuperAutos.com kaufen für 264.000 Dollar. Das ist meiner Meinung nach viel zu viel für dieses Motorrad, weil ich habe das jetzt mal ganz kurz getunt. Das seht ihr auch im Hintergrund. Und man kann zwar relativ viel machen und für die Leute, die solche Motorräder mögen, da möchte ich auf jeden Fall nicht zum Kauf abraten. Aber allein von der Performance her finde ich dieses Motorrad eher schlecht und für diesen Preis auf jeden Fall unterirdisch. Ich habe das Motorrad natürlich auch noch auf Geschwindigkeit getestet, weil ich habe ja vor einiger Zeit den Motorrad Speedtest hochgeladen, wo ich die sechs schnellste Motorräder euch vorgestellt habe und was die für eine Zeit haben. Ganz kurz zu dem Motorrad Speedrennen für die Leute, die es gar nicht wissen, um was es geht. Den Link habe ich mal unten in der Videobeschreibung drin, könnt ihr auf jeden Fall mal anschauen. Aber auf jeden Fall zu dem Speedrennen-Test. Ich habe da so ein Rennen erstellt, wo einfach vier Kilometer einfach nur geradeaus geht. Einfach zum Schauen, welches Motorrad in welcher Zeit die vier Kilometer am schnellsten schafft. Und da ist die S-Key wirklich mit 44, wenn man sich nach vorne lehnt und 43,4 Sekunden, wenn man sich nach hinten lehnt, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz weit hinten und abgeschlagen. Ich finde das Motorrad wirklich nicht gut und eigentlich lohnt es sich auch gar nicht, darüber ein Video zu machen, aber weil es halt heute neu ins Spiel kam, dachte ich mir, ich berichte mal ganz kurz darüber. Kommen wir also nun zum zweiten Thema und dort handelt es sich um die Manches, weil bei dem Motorrad Speedtest, bei dem ersten ohne Wheelie und beim zweiten mit Wheelie, haben viele darunter geschrieben, ja, probiert es doch mal mit der Manches, nicht mit der Sanches, sondern mit der Manches, die soll angeblich so schnell sein. Ich habe das jetzt auch mal auf den Prüfstand gestellt und die hat einfach eine Geschwindigkeit oder eine Zeit von 44,4 Sekunden. Wenn man sich nach vorne lehnt, also den linken Stick nach vorne lehnt und eine Zeit von 43,4 Sekunden, wenn man den linken Stick nach hinten lehnt. Allerdings sieht es komplett anders aus, wenn man es vom Start aus wirklich schafft, direkt in den Wheelie reinzugehen und das Rennen ja möglichst lang mit dem Wheelie zu Ende fährt. Ab einer gewissen Geschwindigkeit geht sie auf jeden Fall nach vorne. Man kann das Rennen nicht zu Ende fahren mit dem durchgehenden Wheelie, aber die meiste Zeit schafft man es in dem Wheelie zu sein und dann ist sie auch wirklich extrem schnell und hat wirklich eine Geschwindigkeit oder eine Zeit von 40,1 geschafft. Ist wirklich noch einen Ticken schneller als die Sanches, aber trotzdem an die BF400 kommt sie trotzdem nicht hin. Damit wäre das auch erledigt, ist auf jeden Fall nicht unter den schnellsten Motorrädern. Und kommen wir nun zum dritten und letzten Punkt des heutigen Tages und zwar um die Gewinner von Zeddy Big Picture. Bevor ich die aber bekannt geben möchte, möchte ich nur ganz kurz was dazu sagen, weil ich mir auch da ein bisschen Kritik anhören musste, warum ich diese Bilder genommen habe und nicht andere, die doch schöner waren. Das Ding ist, ich habe mir ja sieben Bilder ausgesucht, die mir persönlich am besten gefallen haben, also die meinem Geschmack getroffen haben. Ich konnte natürlich nicht vier, fünf Bilder von dem gleichen Teilnehmer nehmen, obwohl die extrem geil waren. Deswegen habe ich mir von jedem Teilnehmer, der mehrere Bilder oder mehrere schöne Bilder genommen hat, einfach das Schönste rausgesucht, dass einfach mehrere Leute die Chance haben zu gewinnen. Und da habe ich mir einfach die, die mir persönlich am besten gefallen haben, die sieben schönsten rausgesucht. Ich wollte natürlich auch noch fair sein, ich wollte ein bisschen Funny Moments, ein bisschen Landschaftsfotos, ich wollte ein Selfie mit reinbringen und da habe ich einfach versucht, in verschiedenen Kategorien einfach immer das Schönste rauszusuchen. Natürlich gab es Fotos, die zum Teil schöner waren, aber das war dann entweder zu oft das Gleiche, also zu oft ein Landschaftsfoto oder ja einfach zu viele Fotos von demselben. Zusätzlich habe ich da noch drei Fotos genommen, wo im Social Club als meistens positives bewertetes Bild genommen wurde. Da habe ich dann auch noch die drei meist positiv bewerteten Bilder genommen und deswegen sind diese zehn Fotos ja in die Endaufscheidung gekommen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit gehabt, unter den zehn Fotos, die ich euch vorgegeben habe, wirklich die drei schönsten rauszusuchen. Ich habe einfach die Fotos genommen, die die meisten Likes hatten, das habe ich auch im Video erwähnt. Und damit hat es mit 42 Likes auf Platz 3 der Zarksch geschafft mit diesem Foto. Auf jeden Fall extrem geil, hat mir wirklich auch extrem gefallen. Auf Platz 2 mit 46 Likes hat LOL-2601 geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. Und auf Platz 1 mit 48 Likes hat Anne Sevi Jodum geschafft. Ich hoffe natürlich, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Wenn es nicht so ist, dann sei mir bitte nicht böse. Ich schreibe jetzt auf jeden Fall alle drei Gewinner im Social Club an. Ich möchte mich auch erstmal wirklich bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Übelste Glückwünsche an die drei Gewinner. Es kann natürlich nicht jeder gewinnen. Das war, ich denke mal, jedem klar. Es waren über, ja, oder fast 400 Fotos, die ich anschauen musste. Und da war die eine Entscheidung auf jeden Fall nicht leicht. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt mal ein anderes Video war wie sonst. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, eure Ziti. Bis zum nächsten Mal.